Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Herzlich willkommen zur Besprechung von Saltburn, dem neuen Film von Regie- und Drehbuchautoren Emerald Fennell. Die kennt ihr vielleicht aufgrund ihres Oscar-Drehbuchs zu Promising Young Woman. Wir sind zu zweit, Gott sei Dank, denn ich habe die Schlogger hier an Bord. Hi Schlogger. Hallo. Hallo, hallo. Wir durften Saltburn uns vorab schon ein bisschen anschauen. Der startet jetzt bei uns in Deutschland, spannenderweise nicht im Kino, sondern ab 22. Dezember exklusiv bei Prime Video. Und wir wollen euch ein bisschen erzählen, ob man sich den Film angucken sollte, könnte, sollte, ob der Vergleich mit Promising Young Woman, der sich hier irgendwie aufdrängt, ob der taugt und wie wir ansonsten zum Erstling und auch zu Saltburn stehen. Und da wäre meine erste Frage natürlich an dich, Schlogger. Wie stehst du denn zu Promising Young Woman? Wie findest du den? Den fand ich gut. Der ist ja hier mit Carey Mulligan und dem Bo, wie heißt er nochmal? Bo Burnham, genau. Der war ja während Corona, hat er sich ja so bekannt gemacht mit seinem Corona-Tagebuch-Kunstwerk zu Hause. Daher kannte ich den und kam über den tatsächlich eher zu Promising Young Woman. Obwohl er in dem Film ja gar nicht so gut wegkommt, muss man sagen. Ich mache hier schon wieder eine Riesenschleife. Also Promising Young Woman hat mir gut gefallen. Der hat ja ein gutes Thema mitgenommen. Es ging ja so ein bisschen auch über die MeToo-Sache und darf man, darf man, das ist eine blöde Frage. Wie geht man mit betrunkenen Frauen um und vor allem mit Männern, die sich herausnehmen, dass betrunkenen Frauen ja so gesehen nicht Nein sagen. Und wie dann eben dieser Rache-Füller daraus gestrickt wird, das hat mir sehr gut gefallen. Wie fandest du ihn denn? Ich war schockverliebt, wie Thomas Tore sagen würde. Ich fand den grandios. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich den im Kino oder zu Hause gesehen habe, aber ich fand den hochgradig unterhaltsam. Ich fand den lustig. Der hat für mich auf der ganzen Klaviatur der Emotionen gespielt. Das mochte ich total gerne. Ich finde sogar, das ist ein Film, der mit dem ganz großen End-Twist gar nicht so, das bräuchte der gar nicht. Also den fiesen Moment hat er ja sowieso. Deswegen ist der letzte Reveal gar nicht mehr so notwendig. Aber ansonsten wirklich fantastischer Film. Ganz viele verschiedene Sachen, die mir da gut gefallen. Unter anderem natürlich Carrie Mulligan, die hier eine kleine Gastrolle sozusagen nochmal bekleidet. Bei Saltburn. Bei Saltburn, genau. Hat das denn deine Erwartungshaltung hinsichtlich Saltburn so ein bisschen gelenkt, dass du auch denkst, jetzt kommt der nächste große Wurf von ihr? Oder wie sah das bei dir aus? Also es war ja so, als bei uns gefragt wurde, wer möchte gerne Saltburn sehen, da habe ich mich dafür nicht gemeldet. Da werden wir sicher auch noch zu sprechen, mehr drauf zu sprechen kommen, weil ich im Internet gelesen hatte, dass dieser Film so verstörend sei. Und ich bin ja ein alter Schisser. Und bei verstörend denke ich dann an Horrorfilme. Leuten fallen die Gesichter ab, keine Ahnung, irgendwelche visuellen schrecklichen Bilder. Und dachte, nö, den Film muss ich mir da nicht geben. Und dann hattest du ja geschrieben, ey, was ist los mit euch? Möchte niemand den neuen Film von Emerald Fennell sehen? Hier Promising Young Woman. Und dann habe ich gedacht, oha, ich wusste nämlich gar nicht, dass das der Neue von ihr ist. Und deswegen einfach mal gemacht. Und war deswegen dann auch neugierig drauf. Aber erst kurz vorher, als du das angesprochen hattest. Ja, dann greife ich nachher den Faden auf und werde dich dann fragen, ob du die Entscheidung bereut hast. Aber das darf ich nicht vergessen. Ja, das ist, man merkt das ja, dass das manchmal so Bubble-Themen sind. Also, wenn ich jetzt irgendwie jemanden, der nicht so viel sich mit Filmen beschäftigt, sagt, das ist der Neue von Emerald Fennell. Dann sagen die, ja, wer ist denn das? Das ist mir schon klar. Aber ich war, ich hatte den ersten Trailer, ich weiß ja, bei dir ist, du guckst keine, beziehungsweise kaum Trailer. Ich gucke auch sehr selten Trailer, aber ich habe den irgendwie erwischt und hatte den gesehen und dachte, okay, Barry Keung ist dabei, der Look gefällt mir. Ich konnte gar nicht so richtig greifen, so was das Thema ist, das Ganze. Und deswegen hatte ich Lust auf den Film und war ja quasi, ich hatte ja hier geschrien, bevor die Angebote für die Screener kamen, dass ich den unbedingt sehen wollte. Lustigerweise, obwohl man ja keine Not hätte, denn wie ich schon sagte, der läuft ja ab 22 auch schon bei Prime. Aber manchmal ist es ja schön, wenn man den noch so ein bisschen vor allen anderen sieht, um jetzt nicht die von dir ja schon beschriebenen Marketing-Fallstricke da irgendwie Gefahr zu laufen, da sich komplett zu verstricken. Denn dieses Verstörend oder, ich habe auch das Label gesehen, der Film, über den momentan alle sprechen, das hatte ich Gott sei Dank nicht wahrgenommen. Und deswegen hatte ich Gott sei Dank diese Erwartungshaltung, dass das jetzt einfach der zweite Nachfolger von ihr wird und war wirklich hellauf begeistert, dass ich den ein bisschen früher sehen konnte und durfte. Ja, das ist ja dann interessant, weil wir dann von diesen beiden Richtungen kommen. Du erst mal ganz unvoreingenommen und ich bringe wahrscheinlich das mit, was wahrscheinlich, nehme ich mal an, viele Menschen dazu bringen wird, diesen Film anzugucken und ob das dann eben berechtigt ist oder nicht. Da kommen wir ja nochmal drauf zu sprechen. Ja, absolut. Also das ist ein bisschen Clickbait, der Film, über den alle reden. Aber ich kann verstehen, aus der Sicht der Wenig-Gucker, warum hier einiges hier natürlich verstören wird. Wir haben so ein bisschen im Vorgespräch schon versucht zu eruieren, wie weit wollen wir reingehen inhaltlich, wie weit wollen wir spoilern. Wir haben uns verständigt, wenn wir merken, dass wir auch ohne Spoiler nicht weiterkommen, dann werden wir auf jeden Fall euch vorher mal warnen, dass wir dann unsere Fazits und unsere M- oder Entfehlungen auch aussprechen. Aber dann merken wir und warnen euch vor, wenn so Story-Twists vielleicht dabei sind, die wir touchieren. Oder auch, wenn wir halt merken, wir müssen über die ein oder andere Szene, die doch ein bisschen das heraufbeschworen haben, was das Marketing dann aufgegriffen hat, dann werden wir euch ein bisschen vorwarnen, nur dass ihr wisst. Also wir werden jetzt nicht einfach blind rein spoilern. Ja, auf keinen Fall. Also hier wird nicht gespoilert. Ich habe, wie gesagt, die nicht mal Trailer guckt, weil ich möglichst unvoreingenommen reingehen möchte. Also da müsst ihr keine Sorgen haben. Da werden wir euch vorwarnen, können so lange weiterhören, wie ihr möchtet. Und dann kommt gegebenenfalls die Trigger- oder Spoilerwarnung dann eben. Ja, so ist es. Soll ich den Film mal zusammenfassen? Ich wollte gerade sagen, jetzt müssen natürlich unsere Hörer immer wissen, worum geht es denn jetzt eigentlich in Swordburn? Also wir haben hier unseren Protagonisten Oliver. Der kommt neu nach Oxford und ist ein totaler Außenseiter. Alle finden ihn ein bisschen komisch, hat keine Freunde, kennt man ja. Und durch Zufall freundet er sich dann mit Felix an. Der ist ein sehr hübscher Typ. Der Film fängt auch an mit hier, did I love him? Also es wird so ein bisschen angedeutet, dass da auch mehr als nur eine Freundschaft bestehen könnte. Und Oliver kommt eben aus einer reichen Familie. So führt dann eins zum anderen. Und Felix lädt Oliver irgendwann ein, in den Ferien, ich glaube es sind die Semesterferien, zu sich nach Hause auf das Anwesen, Swordburn zu kommen. Deswegen heißt der Film auch so. Und hier wird dann Oliver, unser Protagonist, den Rest von Felix' Familie kennenlernen. Und wir tauchen dann direkt ein in die Oberschicht und ihre dekadente Oberflächlichkeit. Ich weiß nicht, ob du mitgehst. Ich würde jetzt mal behaupten, dass der Film jetzt von der Geschichte her gar nicht so viel zu erzählen hat und doch eher, was das Skript angeht, nicht jetzt die insgesamt ja doch über zwei Stunden tragen könnte, wenn nicht die eine oder andere Geschichte in der zweiten Hälfte passieren. Bist du da d'accord oder sagst du, nee, also der war auch schon erzählerisch so gemacht, wie man das erwartet hätte und der hat schon ein bisschen an Gewicht. Ja, also da können wir direkt schon den Vergleich zu Promising Young Woman ziehen, finde ich. Weil auch hier gibt es ein paar Genre oder einen Genrewechsel. Also es fängt an und dann verändert es sich. Und deswegen, also ich finde, man hätte ihn schon auch kürzer machen können, den Film, vor allem auch das Intro. Aber es ist wichtig, dass eben dieser Genrewechsel passiert. Ja, ich muss auch sagen, dass ich, also na klar hat der, du hattest das ja bei Promising Young Woman schon angedeutet und gesagt, der hat natürlich damals den Riesenvorteil gehabt, dass da ein Zeitgeistthema komplett aufgegriffen hat, nämlich diese MeToo-Kampagne und da auch nochmal die eine oder andere jetzt nicht eine Sache ins Rollen gebracht hat. Aber ich finde zum Beispiel bei ganz vielen Dingen, die man so, wenn man sich so überlegt, wie man sich selber früher auf Partys verhalten hat und sich mal wirklich anschaut, wie ist so das Verhalten von Männern gegenüber betrunkenen Frauen und wie ist das Verhalten gegenüber nicht betrunkenen Frauen und vergleicht das so ein bisschen. Und da hat er ja schon, finde ich, in eine erzählerische Wunde und in eine historische Wunde oder zeithistorische Wunde auch so richtig den Finger reingelegt. Und da muss man jetzt ehrlich sagen, diese Kraft und dieses Mittel hat jetzt Thorpe nicht so ganz, weil das Thema jetzt weniger zeithistorisch und aktuell ist, finde ich zumindest. Ja, nee, das ist, hier haben wir keine Zeitgeistgeschichte. Wir lernen einfach Oliver kennen und wie er so in dieser Familie ankommt. Es erschien mir am Anfang sehr, sehr Loser-mäßig. Also er kommt da ja wirklich rein mit so einer Frise, die zumindest jetzt nicht obercool aussieht. Er gerät ja nach Oxford im Jahre 2006 beziehungsweise 2007. Das ist ja dann die Klasse von 2006, ist dann ja der Einführungsjahr in 2007, wenn ich das richtig verstehe beim Studien. Das Studium bei mir ist schon so lange her. Aber du bist doch immer, na egal. Aber ich dachte wirklich am Anfang so, okay, was ist das jetzt? Also ist das jetzt irgendwie so eine Loser-Geschichte und wie sich über ihn lustig gemacht wird und dann gibt es irgendwie einen Wendepunkt in dieser Geschichte. Und ich war dann so ab einer guten, also ich habe ehrlich gesagt zwei Anläufe gebraucht für Swordburn. Ich habe ihn jetzt nicht zweimal gesehen, aber ich habe beim ersten Mal nach gut zehn Minuten den Film erstmal ausgemacht, weil ich merkte einerseits so inhaltlich, ich kann gar nicht greifen, was der gerade machen will. Und wir haben den ja beide im Original gesehen. Ich fand den Cockney von, den Akzent von Barry Cougan am Anfang, also man muss sich da kurz reinhören. Wer also, ich finde ja das volle Oeuvre entfaltet der nur in der Originalfassung. Aber wer jetzt kann am Freitag bei Prime Video, der kann vielleicht erstmal die deutsche Fassung sich anschauen, weil es ist schon für nicht geschulte HörerInnen, die ihre Ohren nicht so auf Englisch trimmen können und auch nicht da irgendwie Liverpool, Merseyside, so den Akzent gerne hören oder auch überhaupt etwas damit verstehen können, die sollten vielleicht erstmal die OV meiden und erstmal die synchronisierte Fassung. Ja, oder halt mit Untertiteln, das bietet sich ja immer an. Das, genau. Also es ist ja schon interessant, weil wir eben auf dieses britische Anwesen kommen, ist ja auch in Oxford, also sie sprechen alle britisch. Ich glaube, der Barry Cougan, kann es sein, der ist doch in Irland geboren, dass der dann irischen Akzent hat. Ich meine, das ist ihre, ja. Genau, ich kann nie ganz raushören, ob was irisch-schottisch oder einfach nur in Anführungszeichen Cockney ist. Ich dachte, er spricht hier eher was, nicht nur Cockney, aber ich kann es nicht einschätzen. Und aber eben dieser eine Ziehsohn, den wir auch oft auf South Byrne kennenlernen, der von Archie Madequille gespielt ist, der ist ja Amerikaner. Darauf wird ja dann auch reingegangen. Also es ist schon ganz interessant, das im Original zu sehen und die verschiedenen, vielleicht auch Schichten und Herkunftsweisen dann durch die Sprache auch dargestellt zu bekommen. Mit Untertiteln. Also ich habe jetzt, ich bin ja ehrlich, ich habe jetzt nochmal gegoogelt, weil ich mir sicher war, dass dieser Liverpool-Akzent noch einen besonderen Namen hat. Es ist natürlich dieses Scouse, also das ist, kann ich vielleicht in den Show Notes mal so einen Link reinpacken, wer mal Jamie Carragher, den Fußballer von Liverpool gehört hat. Das ist so zwischen, kurz vor diesem schottischen Breiten, wo man so dieses rollende R drin hat. Und ich kann das aber ganz schlecht, ich will es jetzt nicht on-air nachmachen, ich mache es vielleicht in der Aufzeichnung mal nach und schalte es irgendwie am Ende des Podcasts, weil ich mich jetzt nicht blamieren möchte. Okay. Jetzt werde darken. Jetzt ist es sehr nah am schottischen, das kriege ich nicht so ganz. Okay. Nee, also da musste ich mich wirklich reinhören, das hat einen kleinen Moment gedauert, muss ich ehrlich sagen. Das ging ganz okay tatsächlich bei mir, obwohl ich ja fast jeden Film gerne mit Untertiteln gucke, weil ich wirklich das Gefühl habe, dass ich gerne im Original gucke und das Gefühl habe, dass ich nicht alles greife, auch wenn es hochenglisch ist. Und dass dieser Screener, den wir gesehen haben, ohne Untertitel war, dafür kam ich dann doch ganz gut rein tatsächlich. Also das ist mir nicht negativ aufgefallen tatsächlich. Ach, sehr schön. Das ist doch schön, wenn das nur mir so ging. Wie ging es denn dir generell so mit diesem, ja ich habe das schon gesagt, das ist halt kein Zeitgeist-Thema, das ist ja dieses alte klassische, finde ich so, Klassensysteme und wie man sie versucht aufzubrechen. Also dieser Barry, äh Barry sag ich schon, dieser Oliver ist ja schon eher so, also man muss dazu sagen, der hat ja ein Stipendium bekommen, um in Oxford zu studieren, das ist ja nun wirklich die Elite-Universität in England. Und man merkt das halt auch mit jeder Faser, dass der so in eine Welt reinkommt, in die er, und das sagen ihm ja unter anderem auch einige Protagonisten und einige Figuren, dass er da eigentlich gar nicht hingehört. Ja, man sieht es auch, der kommt da zu Fuß an und in der Oberschicht läuft doch keiner. Der hat nur einen Koffer dabei. Es wird sich über seine Klamotten lustig gemacht, dass er sich den, äh, den Anzug leihen musste, dass der nicht richtig maßgeschneidert ist. Und das kriegen wir alles mit. Wir erfahren auch von Anfang an direkt viel über seine Herkunft, aus was für einer Familie er kommt. Und das sprechen natürlich auch alle an auf Soulburn dann. Und da sehen wir schon einen richtigen Clash, eben nicht nur durch die Sprache, sondern auch durch die ganze Herkunft von Oliver. Ja. Und ich glaube, wir brauchen gar nicht so lange um den heißen Brei herumreden. Das ist jetzt, um eure Erwartungen jetzt nicht komplett abzuschwächen oder euch da irgendwie vom Kopf zu stoßen, aber es ist einfach kein zweiter Promising Young Woman. Das muss man wirklich sagen. Es ist auf den ersten Blick wirklich was fast komplett anderes. Auf den zweiten Blick, ähm, sind die Gemeinsamkeiten zumindest so vorhanden, dass das jetzt vielleicht keine Brüder im Geiste sind, sondern irgendwie Schwippschwager oder so. Weil so ein paar Sachen ziehen sich halt schon so durch das Oeuvre von Emerald Fennell, das Überschaubare bisher. Denn, weiß nicht, ob du da mitgehst, ich finde schon, dass man merkt, dass Oliver so, je länger die Handlung voranschreitet, umso mehr merkt man so, also ein klassischer Sympathieträger. Ich meine, am Anfang, ich habe ja ein Herz für Loser, also das ist ja, ich bin ja selber mal einer gewesen. Da habe ich ja schon mit dem gelitten und dachte so, oh mein Gott, die sind so gemein zu dem. Aber je länger der in diesen Kreise verkehrt, desto eher denkst du so, na, also irgendwas ist mit ihm auch nicht so ganz richtig. Ja, also da können wir auf zwei Punkte zu sprechen kommen. Also erstmal der Vergleich zu Promising Young Woman, den du jetzt hier wieder gezogen hast, der passt insofern schon, als dass wir eben diesen Genrewechsel haben und es eben doch dann auch ein Thriller, Psycho-Thriller in die Richtung geht. Das passt ja vom Genre her schon und dass du eben, du hast, die sehen sich visuell ähnlich, die Filme. Die sind ähnlich erzählt, in dem es eben auch verschiedene Wandlungen, Wendungen gibt. Und zum anderen, unser Oliver ist ja gespielt von Beric Yogan und die Leute, die den kennen, zum Beispiel aus Killing of a Sacred Deer oder er hat jetzt auch in The Batman, wurde er auch als Joker eingeführt. Und da kann man schon, also ich hab ihn jetzt hier in, wie hieß der mit Benji's of Dings, wie hieß der? Benji's of Inisharen, ja. Genau, oder in Dunkirk, da hab ich ihn nicht gesehen, aber in den von mir genannten Filmen, da hat er schon, da schwingt schon so ein Typecast mit und ja, bei Saltburn, weiß ich auch nicht, da schwang das so ein bisschen mit. Ja, ich finde, er macht das übrigens grandios, wie er so dieses Reinschlittern in alles, also du hast ja das Gefühl, gerade so, wenn er dann in die Party-Szenerie von Oxford eingeführt wird durch den Felix, dass er da so reinschlittert und sich so auch droht zu selber, zumindest hat man als Zuschauer das Gefühl, dass er sich droht so ein bisschen selber zu verlieren, ne? Also und zwar absichtlich, dass er einfach so, ich meine, der raucht nicht, auf einmal raucht er, weil es der Felix auch tut. Ja, aber total toll erzählt. Also wenn wir jetzt wieder auf hier, Erwärmere von Fennell kommen, also die Erzählweise ist total toll. Also eben dieses, er sagt, er raucht nicht und ein paar Szenen später raucht er, aber irgendwie nicht Platz, sondern es passiert organisch und die erzählt einfach visuell ganz toll. Auch das, wir haben hier Party-Schnitt, wir sehen ein vollgekotztes Waschbecken, aber irgendwie nicht humoristisch, sondern dass wir, da wird gleich eine ganze Geschichte erzählt mit diesem vollgekotzten Waschbecken. Also es war jetzt nicht eklig, es hat mich einfach nur, das habe ich mir gemerkt als, ach cool, hier können wir als Zuschauer unsere Lücken selber füllen. Nicht alles muss uns vorgekaut werden und das macht sie öfters. Es gibt ganz viel, wo wir als Zuschauer so ein bisschen zum Mitdenken angeregt sind und das gefällt mir ziemlich gut. Ja, und ich finde manchmal, also Promising Young Woman ist ja manchmal wie so eine Psycho-Kack-Variante von einer Rom-Com, wo man einfach ein schlechtes Gefühl nachher hat. Hier ist es quasi so die, sagen wir mal, realistischere Version so einer US-Highschool-Komödie, wo dann irgendwie auch die Loser drangsaliert werden, aber am Ende sie alle irgendwie auf einer Party sich vertragen. Und das war hier, finde ich, ein angenehmer Ton, dass sie auch die Partys zeigt, aber sich darin nicht so ergötzt, sondern dass sie immer so, ja, so in den Fragmenten zeigt und so einen Schnitt zeigt und ein Schnittgewitter da produziert. Also die hat, wie du richtig sagst, ein echt herausragend gutes Talent für visuelle Storytelling. Das ist schon beeindruckend. Also es wird ja schon überbordend mit den Partys, dann später auch auf Saltburn. Da müssen wir jetzt mal überlegen, wie weit wir da dann drauf eingehen wollen. Und später kommen ja auch auf Saltburn, ich wusste ja, wie gesagt, auch gar nichts über den Film. Ich war auch überrascht, eben Barry Keoghan zu sehen. Und auf Saltburn tauchen ja dann auch so Schauspieler wie eben, hatten wir schon erwähnt, aus Promising Young Woman. Carey Mulligan taucht auf, aber eben auch Rosamunde Pike, die ja ziemlich bekannt ist. Oder hier auch Richard E. Grant oder auch der erwähnte Archie Medecuay. Ich hoffe, ich spreche den richtig aus. Den ich aus Gran Turismo noch im Kopf hatte. Und da war ich schon überrascht, so nach einem relativ langen Teil des Films, dass dann plötzlich die großen Schauspieler kommen, die man im Trailer aber ja auch alle schon sieht. Hätte ich den mal, wenn ich den gesehen hätte. Ja, wie ging es denn dir, wenn wir da gerade schon dabei sind, so mit dem, zum Beispiel dem Jacob Elordi. Ich bin ja ehrlich, ich habe Euphoria nicht gesehen, deswegen kannte ich den gar nicht vorher. Der spielt den Felix. Ich fand, der kriegt das ja ganz gut hin, dass er eigentlich ja, er könnte ja ein ziemliches Arschloch sein. So ein kleiner Dandy, den alle mögen, aber irgendwie hat man zumindest über weite Strecken schon so Sympathien für diesen Felix. Ja, ich fand das auch, das war ein Sympathieträger, wenn nicht der Sympathieträger vielleicht des Films. Ja, und die beiden, ich sag mal so, die alten Granten, also Grant und Pike, die sind dann so ein bisschen das Salz in der Satiresuppe, finde ich. Also, weil die spielen schon so ein bisschen drüber. Ja, auf jeden Fall. Das machen sie aber gut, ne? Also, das machen sie wirklich so gut. Ich mochte Rosamund Pike zuletzt in I Care Lot ja gar nicht. Ich fand den Film furchtbar und sie da auch nicht gut. Und ihn finde ich immer relativ stark. Aber diesmal, muss ich sagen, haben mir beide richtig gut gefallen. Also auch Rosamund Pike. Ja, ich hatte Richard E. Grant gerade in The Lesson gesehen, der Film, der hier Saltburn gar nicht unähnlich ist tatsächlich. Und er hat da auch den Hausvater gespielt. Deswegen war ich da kurz verwirrt. Und in The Lesson fand ich echt scheiße. Und hier war er okay, weil er auch, er hatte ja keine große Rolle, muss man sagen. Er hat halt den offenen Hausvater gespielt von einer vielleicht weltentfremdeten reichen Familie. Und Rosamund Pike spielt ja wirklich, wie du gesagt hast, die spielt ja übersatirisch, die sowas sagt wie, ich bin allergisch gegen hässliche Menschen. Oder XY ist tot. Ach ja, sie hat immer Wege gefunden, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. So was du denkst. Okay, ja. Ja, und es kommt einfach, deswegen nochmal vielleicht Werbung, den doch sich in der OV mit unterdehnen und so gucken, das kommt natürlich in diesem britischen Akzent, kommt sowas natürlich sehr, sehr viel aristokratischer rüber. Ja, stimmt, aristokratisch. Eine Frage noch. Also gruseligste Figur für mich der Hausdiener. Ja, aber der wird ja auch so, das soll er ja auch sein. Ja, aber der wird ja wirklich inszeniert wie so ein kleiner Mini-Slasher. Ich habe mich lustigerweise gefragt, ich dachte die ganze Zeit, ich kenne den irgendwoher, ich weiß aber nicht, wer das ist. Dann habe ich den Namen gesehen und dachte immer noch, kenne ich immer noch nicht, aber das Gesicht kam mir so bekannt vor. Aber du kennst den auch. Ich kenne den auch. Ja, der hat in Napoleon mitgespielt, nämlich den Talleyrand. Ja klar, kenne ich. Talleyrand, weiß ich doch, wer das ist. Natürlich. Weißt du bestimmt noch. Wenn wir, wirst du dich ja daran erinnern, an die kleine Geschichtsstunde von Ridley Scott. Nee, also Spaß beiseite. Der war wirklich, den fand ich richtig gruselig, wenn er da auftrat. Der hatte auch diesen Blick nach dem Motto, was willst du eigentlich hier, wenn er Oliver anschaut. Also das fand ich schon sehr gelungen. War das der Paul Riss? Nee, heißt der so? Ja. Egal. Ich glaube ja. Ah ja, okay. Also ich weiß tatsächlich auch den Namen gerade nicht. Ja, aber der war ja so inszeniert, als soll ein bisschen gruselig sein. Ja. Ja. Gruselig. Also du hattest ja vorhin gesagt, das ist so ein Drama mit Thriller-Elementen, ein bisschen Satire. Jetzt sind wir aber ehrlich, so große, also dass er jetzt groß Spannung aufbaut. Also ich finde, er baut Anspannung auf, aber nicht Spannung. Ja, hat nicht Emeril Fennell gesagt, sie möchte gern dieses Gefühl aufbauen von, du sitzt in einem Raum mit Fremden und weißt nicht ganz, was passiert und es soll sich so unangenehm dann anfühlen? Kam das bei dir auf das Gefühl? Wenn sie diese Äußerung getätigt hat, dann hat sie dieses Gefühl bei mir auf jeden Fall erzeugt. Weil man sitzt da ja auch teilweise, also es gibt ja auch Passagen, wo mal kurz geschwiegen wird und sich Leute nur mit Blicken irgendwie begegnen und man denkt so, ja, das ist jetzt awkward silence. Also jetzt ist es gerade richtig unangenehm leise. Was machen wir denn jetzt? Und genau in solchen Momenten steht dann immer Rosamund Pike rein und sagt dann halt irgendwas wie so, lass uns das und das machen. Und es ist so warm draußen und lass uns doch nach draußen gehen. Let's go outside. Bliss, 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 bliss. It's never been that hot. Ja, nee, also schöner Film. Also optisch schön, bisschen fremdele ich nach wie vor mit 4 zu 3. Also das ist ja dieses Seitenverhältnis, das jetzt momentan sich wieder größerer Beliebtheit anscheint. Ich weiß nicht, ob Zack Snyder da irgendwie ein Pionier war durch seinen Justice League Cut. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich muss mich ja wieder outen, als ich auf dem Handy Filme gucke. Ja, ich habe den auch auf dem iPad geguckt, aber ich fand die Seitenbalken, da denke ich so, mach die doch weg. Also mach doch einfach, wir sind doch im 21. Jahrhundert, kannst doch einfach 16 zu 9 drehen. Aber irgendwie das Lehrerzimmer hatte das zuletzt. The Whale hatte das auch zuletzt. Das scheint irgendwie jetzt der neue Hollywood-Portret nach Schwarz-Weiß zu sein. Ja, das sind ja beides Filme, die dich ja nicht so positiv beeinflusst haben. Vielleicht liegt es daran, vielleicht findest du irgendwann einen Film, den du richtig gut findest in 4 zu 3 und dann versöhnst du dich auch mit dem Format. Ja, ich mochte ja den Snyder-Cut von Justice League. Ich war ja von Anfang an an Bord, aber ich war nicht an Bord bei The Whale. Bei The Whale war ich ja noch viel weniger an Bord als bei Das Lehrerzimmer. Das habe ich ja in den letzten Wochen hier auch im Tele-Stammtisch mal versucht zum Ausruf zu bringen. Ich finde, Edge-Meinung ist das gar nicht, weil ich da auch gemerkt habe, dass viele den nicht mögen. Aber ich fand The Whale furchtbar. Ich mochte den gar nicht. Ja, da haben wir schon drüber geredet. Ich fand den auch nicht auf keinen Fall so gut, wie er getan wurde. Aber hier, Brandon Fraser ist gut und da können sich, glaube ich, alle drauf einigen. Aber hier zu Soulburn, ich weiß jetzt nicht, wir können doch überlegen, ob wir in den Spoiler-Bereich eintauchen oder nicht. Aber worüber wir auf jeden Fall sprechen sollten, ist dieses Verstören-Thema, finde ich. Weil es eben für mich zumindest sehr viel mitschwingt im Marketing. Dadurch kennt man den Film gefühlt, weil, oh, dieser Film verstört das Internet. Dann stand aber gleichzeitig, was ich gelesen habe, für zu lustigen Szenen von den Zuschauern. Was so ein bisschen mich irritiert hat, weil ich dann dachte, okay, ist das jetzt lustig oder ist das verstörend? Weil ich ja vorher nicht wusste, was das für Szenen sind. Und ich tue mir mit solchen Marketing-Sachen ja sowieso schwer, weil diese ganzen, der härteste Horrorfilm und da sind sie alle raus und dann ganz kotzend und so weiter, fand ich immer, hat mich, also ist für mich eher ein Abturner. Und deswegen gut, dass ich es wahrscheinlich vorher gar nicht mitbekommen habe. Sonst hätte ich mir den Film vielleicht auch nicht angeschaut und wäre erst mal mit der Kneifzange dort gewesen und hätte ihn nicht angefasst. Wir machen es jetzt folgendermaßen, wir reden jetzt mal darüber und sagen, aber wer das jetzt nicht hören will, spult mal ein bisschen vor. Denn wir reden jetzt über diese, wie ich finde, ja, von Emerald Fennell gut dosierten und gleichzeitig sehr geschickt eingestreuten, also für mich ist das Marketing von ihr, weil sie merkt so, ich bräuchte vielleicht so ein, zwei Sachen, um ein bisschen aufzupeppen, damit man über meinen Film spricht. Genau, also bevor wir das jetzt genau sagen, ich finde auch hier als Intro-Sache, die sind ganz kurz nur, diese Spitzen, es sind auch eigentlich nur drei kleine Sachen, die der Film auch gar nicht unbedingt braucht, aber sie wirken so, wie du sagst, als hätte sie das eingestreut, als das so die Würze, damit vielleicht über den Film mehr geredet wird. Ja, deswegen, also wer jetzt gar nichts hören mag, einfach mal kurz weghören. Wir offenbaren euch jetzt, worüber wahrscheinlich dann in den nächsten Wochen sich alle das Maul zerreißen oder sich darüber äußern, um ein bisschen positiver zu formulieren. Wollen wir es der Reihe nach machen? Ja, fang du an, die erste, die findest du doch so schlimm. Darfst du erzählen. Aber was heißt schlimm? Aber es ist schon ein bisschen merkwürdig. Also, es gibt eine Szene, in der, oder wir haben das noch nicht so ganz erwähnt, weil wir, nee, wir müssen das, glaube ich, erst mal vorschieben. Der Oliver und Felix, die sind natürlich Freunde. Doch, hatte ich doch. Das ist anfangs mit hier, I didn't know if I was in love with him. Ja, also man merkt schon, dass Oliver auf jeden Fall ein bisschen mehr von Felix möchte, als nur platonischer Kumpel zu sein, sondern der möchte schon ein bisschen Zärtlichkeiten mit ihm austauschen. Man könnte auch von Liebe sprechen oder von einem Crush. Er findet den geil. Er findet den heiß. Ist auch ein heißer Typ. Ich meine, das kann Emerald Fennell auch toll. Sie kann den halt, den Jacob Elordi kann, ich finde, den inszeniert sie so richtig, so wie wahrscheinlich Männer eine hübsche Frau inszenieren. Also jetzt, so, dass man auch das Gefühl hat als Betrachter, ja, der ist heiß oder die Person ist heiß. Und das kriegt sie echt gut hin, das muss ich sagen. That being said, es gibt dann eine Szene, in der Jacob sich, warum auch immer, in der Badewanne von der Palmefede. Warum auch immer, wer macht denn sowas? Ja, ich weiß ja, das war so, für mich kam das in der Handlung eher random, aber egal. Und dann, man muss dazu sagen, die teilen sich ein Badezimmer auf diesem riesen Anwesen. Also die haben so zwei Zimmer und dazwischen ist der Baderaum oder das Badezimmer. Ja, und dann kommt es halt dazu, dass Oliver sich dazu genötigt fühlt, diese Badewasser auszulecken und sich natürlich dann auch in den Körperflüssigkeiten von Jacob ein bisschen, äh, von Jacob, von Felix ein bisschen zu bedienen mit dem Mund. Und das ist vielleicht so der erste kleine Tabubruch, den ich jetzt aber weird fand, aber jetzt nicht irgendwie eklig oder so. Ja, warum fand man so weird, weil er eben dieses Restbadewasser mit dem Sperma aufleckt oder weil er durch das mit der Zunge über diesen Aufguss, Aufguss, da über dieses dreckige Abgussloch leckt. Ja, das war, das war wirklich, das ist schon, das ist halt ein ekliger Moment, aber das war jetzt, selbst für mich, der auch da ein bisschen zerter beseitigt ist, ich hab da jetzt nicht weggucken müssen. Ja, ich auch nicht. Das war einfach so, ich dachte, weirder Shit, den er da gerade macht. Mir aber auch nochmal klar macht, okay, der ist wirklich, der liebt den nicht nur, sondern das ist schon so ein bisschen so dieses obsessive Lieben, dieses nicht gesunde Lieben. Und das ist natürlich auch dieses ungleiche Lieben, weil das wird natürlich in dem Fall noch gar nicht erwidert von Felix. Ja, der leckt dem nicht das Sperma-Badenwasser ab. Das mögen alles Speicherlecker in der Upper Class sein, aber das tun sie tatsächlich nicht an der Stelle. Ja. Ja, dann gibt es eine zweite Szene, wo sich, also man muss dazu sagen, Felix hat eine Schwester, die auf dem Anwesen auch... Ja, genau, wir müssen ja gar nicht sagen, wer dem das passiert, damit wir hier nicht spoilern. Ja, das können wir machen. Genau, es sind, wir haben zwei... Dann sag du mal als Frau, was da passiert. Ich als Frau, genau, denn ich bin hier, ich weiß, wie das läuft. Also es kommt dazu, dass zwei Figuren, ein Männlein und ein Weiblein, das Männlein bietet der Frau an, sie oral zu verwöhnen und sie sagt, das ist ein schlechter Zeitpunkt und dann hat sie offensichtlich ihre Tage gerade und man sieht nicht, wie er sie leckt, aber man sieht, wie er mit sie fingert und mit den blutigen Fingern, die ihr dann in den Mund steckt und ihr so das Gesicht ein bisschen versaut. Ich als Frau muss natürlich gleich sagen, so sieht Menstruation und Blut nicht aus, also meinst du zumindest nicht. Und ich dachte auch, das fand ich jetzt irgendwie eklig inszeniert, dass du dein eigenes Blut ins Gesicht geschmiert kriegst, aber Menstruationssex gibt es halt. Also es war so ein bisschen, wo ich mich kurz echauffiert habe, dass sich Leute darüber echauffieren, aber klar, es war schon auf jeden Fall sehr eklig dargestellt, dass es eher ins Gesicht geschmiert wird. Oder wie fandest du das? Ja, das war ja auch so in dieser Lüsternheit inszeniert, die ich, also es war für mich wiederum nicht schlimm. Natürlich denkst du im ersten Moment so, bad timing of the month und dann denkst du, ja, jetzt lass es dann einfach und er macht dann noch und man denkt, mhm, okay, jetzt gibt es lecker Erdbeersoße, aber das war, ich fand es jetzt wirklich auch wieder da vom Ekelfaktor nicht so schlimm. Also ich hätte es wirklich schlimmer erwartet. Ein wahrer Pirat sticht auch ins Rote Meer und wenn man will, dann will man, aber dieses, dass du es eben ins Gesicht geschmiert kriegst, war eben übertrieben inszeniert einfach. Das war auf jeden Fall, ich will jetzt provozieren. Ich tue mir auch nach wie vor schwer damit, da irgendwie eine Botschaft, ein Symbol, einen Interpretationsansatz zu finden, außer irgendwie hier nimm das, du dreckige Upperclass-Schwester oder Frau oder sonst was, ich weiß nicht. Also ich fand, und das ist, wie gesagt, ich würde es einerseits als ein bisschen gewollten Tabubruch, andererseits als geschicktes Element fürs Marketing sehen. Beide Szenen sind für mich, ja, die kann man eklig finden, ja, die können auch vielleicht irgendwelche Leute verstören, aber ich fand sie beide jetzt nicht so schlimm. Ja, fand ich auch nicht. Also da sind in Horrorfilmen Evil Dead oder so viele schlimmere Sachen für mich. Ja, also Knochenbrüche und sonst was finde ich alles, viel schlimmer oder irgendwie Gewalt um der Gewaltwillen. Also es gibt hier keine, das können wir echt auch sagen, es gibt jetzt keine Szenen der körperlichen Gewalt, die jetzt einen irgendwie verstören. Und das finde ich immer viel schlimm. Genau, aber wir müssen ja wirklich auf jeden Fall einräumen. Diese Szenen können auf jeden Fall verstören. Also ganz klar, das wird Leute anekeln. Und deswegen ist der Film auch nicht für jeden. Ganz klar. Ja, das muss man wirklich sagen. Nein, absolut. Und wir können auch nicht für euch sprechen, ob ihr jetzt sagt, das finde ich nicht schlimm. Wenn ihr es schlimm findet, dann schaut halt kurz weg. Das sind ein paar Sekunden. Ja, wirklich, der Film badet nicht da drin. Im Gegensatz des Badewassers wird nicht drin gebadet. Ja, und die dritte Szene, einfach weil ich gesagt habe, es sind drei. Weißt du, welche ich meine? Ich bin gerade, ich habe schon beim, vielleicht finde ich es so wenig schlimm, dass ich es hier vergessen habe. Ja, für mich, glaube ich, könnten sich Leute drüber aufregen, es gibt eine Szene mit einem Grab. Und ja, genau, möchtest du es sagen? Ja, also man kann auch, also man kann nicht nur auf Greta pissen, sondern man kann sie auch ficken, ganz klar. Ja, also es ist auch nicht überbordend inszeniert. Es ist auch sehr cool. Du hast vorhin im Vorgespräch gesagt, dass Emerald Fennell, die kann gut Needle Drops, habe ich gelernt, diesen Begriff, also dass sie anscheinend gut Musik einsetzen kann. Und das war in dieser Szene auch. Wir haben hier irgendwie so ein chorales Lied, was eben mit der Beerdigung anfängt. Und sobald dieses Lied, dann kommt die Szene, wie eben ein Mensch über dem Grab steht. Und die Szene geht weiter, aber das Lied hört einfach irgendwann auf. Und dann fängt es an von Weinen zu, ich mache Dinge mit einem Grab, die normale Menschen vielleicht nicht mit einem Grab tun. Ich sage jetzt noch zwei Sachen, die immer mich als oberflächlichen Menschen all outen. Aber ich fand, der Film sah genau wie Promising Young Woman. Hatte so knallbunte Farben. Ich fand die Kamerafahrten so über das Anwesen. Man kann dem vorwerfen, vielleicht badet er sich ein bisschen zu sehr da drin, aber ich fand, die sieht toll aus, der Film. Ja, es war optisch, es war ein sehr gut gemachter Film. Nicht nur eben, was ich schon meinte, dass es visuell die Szenen aneinanderreihung war toll, er sah auch toll aus. Gute Schauspieler, vor allem hier Barry Keoghan. Das ist alles handwerklich gut gemacht gewesen. Ja, muss ich auch sagen. Also ich bin wirklich sehr, sehr angetan, würde auch eine klare Empfehlung aussprechen für Menschen, die mit so Slowpasten. Ich finde, es ist jetzt kein Slowburner. Also es ist jetzt nicht am Ende, dass du da sitzt und, also das Ende heilt ein wenig nach, aber ich finde deutlich weniger als der große Vergleich, der immer wieder herangezogen wird, also als bei ihrem Erstling. Aber das ist schon ein Slowpaster, langsamer Film, bedächtig erzählt, der auch jetzt erzählerisch gar nicht so viel zu bieten hat. Und wenn er dann in seine zweite Hälfte abbiegt, da wird es dann wendungsreicher, ohne jetzt immer in so Horror-Twists auszuatmen oder Thriller-Twists. Aber da muss man sich darauf einlassen können. Man muss die verstörenden Szenen akzeptieren oder ausblenden können oder das akzeptieren, dass es kurz passiert. Aber ansonsten für mich ist das kurz vor Weihnachten vielleicht nicht unbedingt eine Thematik, die zu Weihnachten passt, aber ich fand es einen äußerst gelungenen Mix aus sozialer Satire, aus Schilder-Drama, erlesene Bilder. Ich bin an Bord gewesen. Ach, das klang ja wie ein Fazit, was du da gerade so nonchalant einfach rausgedroppt hast. Das mag man für ein Fazit halt. Dann komme ich da auch einfach mal hinterher. Ich fand gar nicht, also der Anfang war für mich sehr lang erzählt. Das ist auch ein Kritikpunkt, dass ich den Film dann doch zu lang finde. Der hätte auch kürzer sein können, vor allem der Anfang. Und dann in dem nächsten Teil, passiert dann schon auch viel Hoppla-Hopp. Also da passiert dann auch an manchen Teilen des Films passiert viel ganz schnell. Also das spricht so ein bisschen für mich gegen dieses Slow-Pacing, wobei es am Anfang eben so ist. Das ist eben die Kritik. Der Film ist ein bisschen zu lang. Und tatsächlich, wenn man da mal checkt, was hier eigentlich gerade Sache ist, fand ich den Film dann doch recht vorhersehbar. Also es gab da zwar noch ein paar Sachen, mit denen ich nicht gerechnet habe, aber im Großen und Ganzen kannte ich diese Geschichte schon, wenn ich es so sagen möchte. Bis auf eben die verstörenden Szenen. Aber tatsächlich, weil wir es ja vorhin von hatten, ich kam ja rein mit dem Mindset, der Film soll verstörend sein. Das hatte ich vergessen, als ich den Film dann angemacht hatte. Deswegen war ich nicht so, was passiert jetzt? Kommt hier das Verstörende? Kommt da das Verstörende? Was könnte jetzt nur passieren? Das hatte ich zum Glück vergessen total. Weil manchmal macht einem sowas ja sonst der Film kaputt, dass man, wenn man auch weiß, der Film hat einen Twist, dass man die ganze Zeit da sitzt und überlegt, was könnte der Twist sein? Also diese verstörenden Szenen, die haben wir schon gesagt, die sind ganz klein, sind nur so ein bisschen eine Würze, die auch gar nicht nötig gewesen wären. Die haben den Film aber ein bisschen interessanter gemacht. Und sonst muss ich sagen, was wir schon alles Positives genannt haben, der Film sieht toll aus, es sind tolle Schauspieler. Und inhaltlich eben war es für mich jetzt nichts Neues, aber ich bin froh, dass ich den Film gesehen habe und der hat mir Spaß gemacht. Ja, das muss ich. Also das ist jetzt wirklich kein zweiter irgendwas oder so. Der Film kann auch wirklich wunderbar für sich selber stehen. Er bräuchte den großen Schlussakkord, finde ich gar nicht so sehr. Ich mochte das. Das ist so mein kleiner... Ich mochte das, ja. Ja, ich finde, also Emerald Fennell muss ein bisschen aufpassen, dass sie nicht so diesen Shia Malan-Twist-Label-Stempel bekommt. Das wäre so ein bisschen meine Angst. Ja, ich fand das gar nicht so krass twisty. Also das war für mich nicht sowas so, er war die ganze Zeit ein Geist. Also das so überraschend war das Ende nicht. Also das war nicht so twisty, wie es für dich dann vielleicht ankam. Na, du schiebst ja schon so einen Moment ein, wo du nochmal in ganz viele Phasen zurückgehst und sie nochmal unter einem neuen Blickwinkel siehst. Aber das war ja nicht so neu. Also das wusstest du ja eigentlich alles schon. Aber so in Nuancen waren ja schon so neue Dinge und neue Facetten nochmal reingetragen. Also dass dann am Ende doch vieles geplanter wirkte, als es vielleicht am ersten oder im ersten Moment den Anschein hatte. Und damit dachte ich so, hätte ich gar nicht gebraucht. Also das in die Magenhauende, das ist ja, zumindest soll das ja, finde ich, eins sein. Das ist schon so okay. Das hätte auch für mich gereicht. Ich hätte gar nicht diese große Rückschau nochmal benötigt. Gleichzeitig, ich hatte ja schon gesagt, macht es mit so einer Szene wie der am Grab nochmal so, dass es vielleicht auch eine zweite Bedeutungsebene bekommt. Und da können dann viele sich in Reddit-Beiträgen und in Podcasts die große zweistündige Besprechung abhalten zu solchen Filmen. Können sich damit gerne aufhalten, weil das ist das Schöne an dem Film. Er ist einerseits, er kann für sich stehen und man kann ihn einfach aufgrund seiner Bilder und seiner Macherart toll finden. Aber er kann einem auch erzählerisch viel bieten. Auch wenn natürlich, wie ich schon sagte, jetzt von der generellen Thematik her sicherlich nicht so aktuell, wie damals Promising a Woman ist. Ja, also man kann da viel reindeuten, vor allem dieses Schichtenthema. Da ist sicherlich mehr drin als nur die bloßen Bilder, sondern man kann da auch Metaphern finden und da ein bisschen darüber diskutieren, was uns jetzt dieser Film vielleicht in Nuancen dann doch mehr sagen wollte, als wir beim ersten Schauen so mitgenommen haben. Ja, diesen Ball der Cross-Promotion, den du mir auf die Torlinie gelegt hast, den musst du natürlich nutzen. Für solche Dinge haben wir natürlich unser schönes CC-Format, wo unter anderem die Schlogger ja mit an Bord ist, mit unserem Mexchen und dem Stu. Ich weiß nicht, ob Solpen dort irgendwann mal landen wird, dafür ist ja vielleicht auch zu aktuell. Aber da könnt ihr unter anderem zu einem der wahrscheinlich mehrdeutigsten Filme des Jahres, Boris of Raid, mal reinhören, wenn ihr Lust habt. Und die Schlogger selber, die hat vor kurzem, also ich glaube, ich brauche ja eigentlich gar keine Werbung mehr machen, weil, das wirst du gleich sagen, das Ding geht ja weg wie warme Semmeln. Du hast ein tolles neues Buch veröffentlicht. Ach, wir sind direkt im Werbeblock. Wir sind im Werbeblock. Werbung. Werbung, Achtung, ding, ding. Ja, ich habe ein Buch zur Kommunikation mit Kindern herausgebracht. Ich habe nicht Kommunikation mit der Oberschicht oder wie kann ich die Oberschicht oder was weiß ich andere Menschen manipulieren, sondern... Schade, verdammt. Wie kann ich... Ich wollte es gerade mir unter einen Weihnachtsbaum legen lassen. Ja, also es ist vielleicht, wenn man es anders framet und es nicht manipulieren nennt, wie kann ich denn Sachen so formulieren, dass es besser ankommt beim anderen und nicht nur unbedingt auf Kinder bezogen, sondern eben auch auf andere Menschen. Darum geht es in dem Buch und das ist jetzt schon in der zweiten Auflage. Darauf wolltest du hinaus. Danke, dass ich das hier ansprechen darf. Und das Buch könnt ihr bei mir im Shop kaufen. vloggershop.de Kommunikation mit Kindern, aber eben auch für Kinder bis über 100 Jahre. Also alle. Ja, ähm... Gut, das muss unbedingt gedroppt werden. Dankeschön, das ist sehr freundlich. Und dieses CC-Format, was ich mit Max und Stu mache, da haben wir eben drei Stunden, glaube ich, oder zweieinhalb über Bo's Afraid geredet, weil wir einfach Lust haben, alles auseinander zu fetzen und nichts in seinem Zusammenbau zu lassen, wie es vorher war. Was man eben auch bei Saltburn machen könnte. Wir sind jetzt hier da so rumgeschlittert, ohne irgendwie spoilern zu wollen, weil es eben mehr Spaß macht, sich den Film anzugucken, wenn man nicht so viel vorher weiß, wahrscheinlich so, wie es uns großteils ging. Und ja, da habe ich wieder eine Schlenker zurückgemacht. Ich würde hier noch mal kurz sagen, dass ich den Film empfehlen würde, auf jeden Fall. Ja, also und die Hemmschwelle ist ja geringer für euch, den zu schauen, jetzt abseits der vielleicht Thematik und der skandalträchtigen Szenen. Aber ihr könnt ihn, wie ich schon sagte, ab 22. Dezember bei Prime Video einfach für umschauen, wenn ihr denn einen Prime Video Account beziehungsweise ein Abo dort habt. Und das hat ja irgendwie gefühlt fast jeder. Ne? Ja, genau. Und ich habe eine Sache, muss ich noch hören, für das neue Jahr habe ich gehört, dass du mit dem guten Stu, dass du, liebe Schlogger, die Horrorfilme nicht mag, einen Horrorfilm-Podcast anvisierst. Ist das richtig? Ja, wir hatten uns überlegt, wie kann man mich quälen? Und ich bin ja ein großer Filmfan, aber habe einfach Angst vor Horrorfilmen. Und so ging es mir zum Beispiel hier bei Midsommar, weil ich einfach dachte, okay, der Film, der wurde so gehypt und ich war so neugierig drauf. Und ich habe mir den dann auf dem Handy am helllichten Tag mit einem Auge zu und nur einem Ohrhörer drin angeguckt und habe immer das Handy so weggekippt, wenn es irgendwie schlimm wurde, weil ich den Film unbedingt sehen wollte, aber eben Angst habe. Und in diese Nische sind wir jetzt reingekracht, eben mit diesem Podcast, Horrorfilm-Podcast, dass wir eben, ich gucke mir Filme zum ersten Mal an, dadurch, dass ich eben so Schiss habe, habe ich ganz viele Klassiker noch nicht gesehen aus dem Horrorfilm-Genre. Und ich tue mir die jetzt einfach an und spreche damit zu darüber, wie das denn war, wie die Erwartungen waren. Behält der Film seinen Kult-Klassik oder sein Image? Sehe ich das, wo das herkommt? Und da werden wir dann im Neujahr über The Thing sprechen. tatsächlich, glaube ich, ich droppe das jetzt einfach. Entschuldigung, Stu, ich habe das nicht mit dir abgesprochen. Das macht aber nichts. Also da hast du mich ja voll an Bord, weil ich bin ehrlich, den habe ich auch erst vor zwei Wochen zum ersten Mal. Ach krass, ja, ich habe den auch. Ich wusste auch gar nichts darüber. Also ich werde wirklich, ihr kennt mich, ich habe es ja schon gesagt, über die meisten Filme weiß ich auch einfach gar nichts. Ich wusste über The Thing gar nichts außer dem Titel. Und über die Filme, die ich danach gucken muss, darf tatsächlich dann abgestimmt werden in der Community. Also alle dürfen, ihr dürft euch aussuchen, welchen Film ich mir antun muss als nächstes. Das klingt doch einfach reizvoll, liebe HörerInnen. Also reizvoll, jetzt müssen wir uns noch mit einer letzten Sache zum Abschluss reizen und dann hat die Schlogger das letzte Wort. Hört unbedingt mal in unseren Adventskalender rein. Ich weiß, wir sind auf den letzten, ich würde fast sagen, Zentimetern vor Weihnachten, während wir das hier aufnehmen. Gönnt euch das. Also macht das sonst wie ich. Ich mache das bei Adventskalendern sonst gerne auch mal. Ich esse fünf Tage lang gar nichts und dann haue ich mir fünf hintereinander rein. So ist das. Und da sind schöne Sachen dabei, die unser Kinojahr der Redaktion so ein bisschen Revue passieren lassen. Schöne Fragen, schöne Antworten. Da einfach mal reinhören. Gebt ein Extra-Feed dafür, ansonsten findet ihr das bei Instagram, bei YouTube und auf unseren sonstigen Social-Media-Kanälen und werdet dort, wenn ihr einen Link klickt, auch fündig. Ja, ansonsten, viel Spaß bei Swordbin, viel Spaß bei unseren weiteren Besprechungen und die Schlogger hat das letzte Wort. Das letzte Wort ist Murder on the Dancefloor und viel Spaß bis zur nächsten Besprechung. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in die Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.